Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal und das wird heute noch mal ein Infovideo werden, denn es werden keine Cutterbewerbungen mehr kommen. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich sage, die sind alle so scheiße oder dass ich sage, ich habe keinen Bock mehr auf den Cutter. Ich habe mir alle angeguckt, es hängt jetzt quasi nur noch dran an Cutten und Hochladen und genau das ist das Problem. Internet aktuell absolut scheiße, auch der Grund, warum ich die Twitch-Streams eingestellt habe fürs Erste. Dann Cutten, ich kann diese Videos halt einfach actually nicht mehr sehen. Ich habe die bestimmt jetzt schon insgesamt 20 Mal gesehen und teilweise und diese Cut-Wiederholungen sind ja nicht nur, ich gucke mir das einmal an, sondern das ist ja wirklich, ich gucke mir das an, gehe zurück, lösche was, denke mir noch mal was aus. Und ja, es sind zwar nur noch nicht mehr viele, noch vier oder fünf, aber ich habe einfach wirklich keinen Bock mehr. Heißt das nicht, dass die Cutterbewerbungen absolut umsonst waren? Also, wie gesagt, ich habe mir meine Punkte aufgeschrieben, ich werde mir auch mal ganz kurz hier reinlinsen, was ich mir aufgeschrieben hatte. Und ich werde mir dann die Besten, die Leute, die mich am besten überzeugt haben, das wäre einmal er hier, Clip, Lassi, Cetrox und Clip stelle ich sogar am besten ab. Und es war dann Not Nardo, war der andere, das sind die drei Personen, die aufs Endfinale rauskommen. Ja, ich bin mir bisher noch nicht wirklich ganz so sicher, wer am besten ist, die haben gleich viele. Not Nardo hat zwar einen Dingspunkt mehr, aber auch mehr Minuspunkt, ich glaube wirklich, Clip ist somit ja am besten. Ich werde ihn jetzt einmal mal anfragen, ihm das erste Video schicken und dann mal gucken, wie das Ergebnis ist. Dann bekommt ihr unsere Unterstützung bei Thumbnails, das heißt, ihr könnt auch gerne mal in die Videobeschreibung dann ab sofort gucken. Von wem die Thumbnails gemacht sind, ist ein Guy von Fiber, der gesagt hat, er schrieben, ey, ich würde die Thumbnails für dich machen, wenn du das machst. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob er auf jeden Fall, oder sie, ich weiß nicht genau, ob ich so schlecht, auf jeden Fall dauerhaft da bleibe, da hätte ich mir noch ein paar Sachen, dass sie sich die nächsten angucken müssen. Und ja, ich werde auf jeden Fall nochmal die drei Top Cutter, die ich jetzt hier genannt habe, kontaktieren. Wenn das wieder rauskommt, habe ich sie wahrscheinlich schon kontaktiert und noch ein paar Fragen gestellt. Wie oft könntest du cutten und wie soll ich dich verlinken und so einen ganzen Scheiß, wenn ich dann geklärt habe. Ja, das sind so die Sachen, die ich klären möchte. Dann, ja, viel länger soll es auch nicht bleiben. Aber ja, so ist der Stand der Dinge. Ich werde auf die drei zukommen. Viel mehr habe ich auch nicht mehr zu sagen. Haut rein und tschüssi.